passend zum auto oder das wetter böse tach tach und du auch hier wenn man nicht alles trifft oder ich kenne ja so was falsch meister herzlich willkommen in den heiligen hallen hätte ich was gesagt immer aber gar nicht wir sind am bildster berg heute und wir haben die große ehre dank dem kevin den neuen m3 touring auf der rennstrecke das wiederum seht ihr bei einem anderen video heute geht es nur um das fahrzeug an sich ja lieber kevin erzähl mal was zu dem fahrzeug m3 kennt ja jeder m3 touring halt nagelneu neues auto mit dem fall schon komplett umgebaut mit allem was wir so zur verfügung haben von m performance parts machen wir mal einen meter ran und nicht zehn kilometer weit weg können wir auch tun ja in dem fall umgebaut schon mit vollem portfolio was wir zur verfügung haben es war unser shooting fahrzeug für die ersten filme die entstanden sind kann ich ja mal einperren ich kann eine vespa rum ja genau und ja können wir mal drum herum schauen erst mal fahrt sie zum auto johannes wie fährt es du bist mit fahren ich muss jetzt einmal kurz die kamera rüber legen weil wir leicht stechen wollen das hat wirklich schweiß gebadet das ist jetzt kein nicht übertrieben sondern das war wirklich so ich habe gedacht ich sehe nicht richtig der war komplett nass also aber ohne strich das zum thema kombi also kann das ding wirklich vollwertig als rennwagen fahren der kevin hat heute bewiesen und es ist echt spektakulär wie das ding auf der strecke performt es ist wirklich kein marketing gag das auto fährt wirklich wie ein m3 ja wirklich präzise liefert ab ich glaube alle leute die heute hier waren sind wirklich begeistert gewesen von dem auto sind heute morgen hier angereist am pilsterberg da haben sie schon am empfang gesagt da ist ja das auto auf das alle warten weil das halt wirklich brandneu ist das teil und wirklich eine seltenheit gerade in der kombination m3 und kombi ja ich glaube da muss man noch mal ein riesen dank nach garching richten an die kollegen dass es wirklich umgesetzt haben so ein fahrzeug auf die beine zu stellen es hat nie mehr sinn gemacht als jetzt ja das ganze package ist klasse das auto fährt wirklich wunderbar und schaut auch noch gut aus und was will noch mehr allrad abschaltbar auf heckantrieb wir haben 510 ps und voll reisetauchblick also gut geschlafen heute morgen auf dem weg hier gut ja stimmt ja du hast also es funktioniert sogar auch ja dass man hinten drin schläft ja das bei ich habe nicht gut geschlafen ich höre die augen auf ja aber nichtsdestotrotz ein m3 touring ist ja alles wunderbar und geil aber wir sind halt dafür da um das noch ein bisschen anzuschärfen man kann ja überall noch ein bisschen nachlegen wenn man denn möchte und dann können wir uns anschauen was wir da alles so getrieben haben oder ja fangen wir vorne an hören wir hinten an fangen wir mal bei den sachen an die wir schon kennen oder vielleicht einige leute schon kennen also die front ist ja komplett übernahme vom g80 m3 also normal m3 limousine das heißt alles was wir jetzt zum beispiel diese flaps aus carbon das gibt es bereits schon und auch dieser frontaufsatz der dreiteilige in carbon den gibt es so schon für den g80 m3 das haben wir übernommen für den g81 was neu dazugekommen ist in der front abschleppschlaufe voll einsetzbar also vollständiger ersatz für die abschleppöse ist auch geprüft worden mit anzugskräften allem möglichen genau das kommt demnächst braucht man auch keine angst haben ist homologiert also kann man so im straßenverkehr bewegen finde ich gerade für hier für solche geschichten wunderbare sache ist tüffig brauchst du nicht tüffen weil ist schon alles 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 safe ja genau vielleicht fällt von der seite schon ein bisschen auf wenn man da mal schaut das auto liegt ein bisschen tiefer das ist ein m-performance fahrwerk verbaut höhenverstellbar bis 25 mm tiefe und seriendämpfer bleiben erhalten ist aber auch einen guten grund und zwar die dämpfer abstimmung in serie die ist wirklich gut man hat eine große spreizung von komfort macht aber auch sportlich und das halt einfach nur eine etagetiefe und wir sind der meinung das funktioniert wirklich klasse genau auch bekannte sache sind die erzieher elementen wir haben die seitenschweller in vollkarbon das längste karbon bauteil was ich gehört habe was wir hier hergestellt haben aufkleber kleines detail aber gehört zum programm nicht alles kriegt oder ist das bei den schwellern dabei nein nicht dafür die extra kaufen sache die noch nicht so viele kennen dachantennen aus aramid nicht karbon also muss man aufpassen das schaut zwar identisch aus wie karbon ist aber aramid hat den hintergrund das einfach du hast ja eine antenne drunter sitzen die braucht natürlich empfang und wenn da karbon drauf wäre würde die das elektrisch oder elektrostatisch abschirmen genau macht es mit aramid eben nicht das heißt es funktioniert genau wie es soll und ist halt aramid kein karbon schaut aber so aus habe ich ja noch nie gehört du ja heckspoiler auch anders da der touring hat eine aufgesetzte lippe bei dem heckspoiler der auch m-performance parts ist er ist integriert quasi diese diese lippe gibt es auch für den g21 also für den normalen 3er touring in hochglanz schwarz dann gibt es noch seiten aufsätze heck finden genannt genau auch neu erstmalig vom g81 kommen dann auch für den g21 und dann das gröbste und dann das gröbste ist geschmackssache ja kann man sich darüber streiten aber es ist umstritten muss ich ganz ehrlich sagen ich war selber skeptisch wo ich das erste mal so ein konzept auto gesehen habe was wahrscheinlich sogar das war wusste ich nicht so richtig was ich mit anfangen soll aber desto mehr wir jetzt hier drauf eingegangen sind auf die auspuffanlagen muss ich sagen desto mehr gefällt es mir irgendwie also man muss sich erst daran gewöhnen guter punkt ich bin auch der meinung viele werden es bestätigen wo der m3 m4 rauskampf das aufschrei war riesig keiner hat das auto gemocht jeder hat gesagt wie kann man das nur wie kann man das nur und jetzt ist es eigentlich fast jeder find's geil auch die die früher gemeggert haben und ich sehe das hinten ein bisschen ähnlich es ist halt was komplett neues und ich bin der meinung es dauert halt ein bisschen zeit bis man sich daran gewöhnt weil bmw m war klassisch immer vier abgasanlage links rechts sieht auch nicht schlecht aus gibt es übrigens auch für die serienabgasanlage titan endroblenden schauen auch mega bombe aus aber für die leute die halt ein bisschen auffallen wollen und was anderes haben wollen why not ich finde es geil auch von m performance bars ja genau alles was ich jetzt so zeige das sind alles so teile die von uns stammen genau das könnte auch bekannt sein haben bestimmt schon einige mal gesehen die winglets das gibt es beim m3 m4 schon genau für den g81 ich glaube das gesamtpaket außen ach so was man vergessen haben der ratsatz gibt es aber auch schon längere zeit ist 1000m radsatz vorne 20 zoll hinten 21 zoll ich denke mal für so ein recht serienmäßiges auto und das was vom werk kommt mit werkstuning in anführungsstrichen ist das schon amtlich also das ist schon echt nicht ohne auch in verbindung mit der tieferlegung wir sind da alle der meinung und jeder der das auto bisher gesehen hat das ist einfach wirklich schön genau so jetzt bin ich überlegen ob ich außen noch was vergessen habe aber ich denke ich soll da alles haben spiegel aus es gehört zum serienmäßigen karbonpaket dazu zählt zum beispiel der außenspiegel in karbon und vorne der lufteinlass gibt es in zwei verschiedenen varianten also wenn er das nicht hat das karbonpaket ist hier so ein gitter drauf karbonpaket mit dem karbon einlass genau dann würde ich sagen schauen wir mal rein oder in die gute stube jo, die meinen wir es wieder setzt die brille auf freunde ich warte euch schon mal vor könnte ein bisschen beißen jetzt gleich also wie ich anfangs schon erwähnt habe es ist ein shooting fahrzeug von uns muss man dazu sagen das auto ist foliert also nicht erschrecken falls irgendjemand was sieht das ist folie drauf imitiert eins zu eins die farbe riviera blau das wird mit farbkarten abgeglichen wir kriegen den richtig riviera blau lackierten m3 touring in ein paar wochen also dauert noch ein bisschen nur als zu dem zeitpunkt wo wir den bestellt haben gab es den in anderen farben und wir wollten den aber unbedingt so haben und deswegen ist er foliert genau so schauen wir mal rein oder ja warte mal ja es fängt bei kleinigkeiten an im innenraum das mit dem display finde ich mega es war generell wahrscheinlich so aber es ist mega also wirklich kleinigkeiten und da sprechen wir wirklich von kleinigkeiten es fängt in der tür schon an Türpins Endperformance Türpins ja du lachst aber es sind wirklich mitbringsel geschichten und so produkte die laufen halt wirklich gut geschenke für die freundin eine freundin bmw fährt kannst du gleich mal das macht sich gut wie ihr beadle auf jeden fall ja da machst du immer ein gutes gutes ding so einstiegsleisten in carbon und was man dazu sagen muss sobald ihr bei uns carbon seht bis auf die dach antenne es ist immer wirklich carbon es gibt ja manchmal so überlege oder irgendwas also das ist wirklich man hört es vielleicht auch das ist gewollt und ich will auch nochmal eine kleine anmerkung nebenbei machen in einer astrein qualität was ich vor jahren schon beim master 2 gesagt habe das ist echt ist auch muss man sagen ein hartes stück arbeit bis das so ist dass man das wirklich auf qualitätslevel hat was wir natürlich wollen aber das ist nicht so einfach mal gemacht weil du kennst selber von zubehör bauteilen die in carbon sind wie die oft ja aber machen wir weiter genau lenkrad lenkrad ist auch von uns mit alcantara und 12 uhr markierung und eine offenporigen carbonblende so matt carbon das nennen wir offenporig dazu passend gibt es die interiorleisten auch in offenporigen carbon genau die mittelarmlehne in alcantara die pasta jetzt habe ich mich hier reingesetzt extra verstehe ich auch nicht warum wir reden über den innenraum er setze ich rein ich wollte gerade mal hier das display anmachen und so kannst du gleich machen die kniepads die habe ich übrigens gar hier eingestellt das ist doch gut das ist doch gut manche leute werden es kennen wenn man ein bisschen sportlicher fährt das immer das knie ein bisschen an der mittelkonsole anschlägt dafür gibt es kniepads in alcantara ach die hängen da dran seitlich wo denn das ist ja crazy hier das hier das sind kniepads die leiste gibt es dann mit dem kniepads integriert quasi ist echt wie das gelkissen auf deinem mousepad Fabian ja genau für dein handgelenk hattest du früher mal weißt du gar nicht mehr ja das ist ein m3 gibt es ja oder m4 in zwei verschiedenen sitzoptionen carbon sitz den ich persönlich auch mega schön finde hast du den schon mal gesehen ein m5 cs ja genau den sitz gibt es hier auch in einer ähnlichen form schaut identisch aus mein favorite gibt aber viele kunden die sich bewusst für diesen normalen sportsitz entscheiden das ist auch gut so weil der ist halt wirklich zum einen aussteigen wenn man viel einen aussteigt wirklich komfortabler und für diese kunden die so einen sitz haben gibt es ein wirklich schönes detail schauen wir mal hinten rein und zwar sitzabdeckung carbon alcantara gibt es in glanz carbon und in offenporig wie wir es vorhin schon mal vorne bei den interieurleisten hatten ich bin wirklich der meinung das schaut nicht verkehrt aus oder ne schöne sagen das habe ich ja alles auswendig gelernt das kommt ja wie aus der kanone ja er macht das halt jeden tag in der arbeit Fabian der weiß halt von was er redet das eine kommt vom anderen deswegen sind auch so videos wenn ich über andere leute oder irgendwelche geschichten erzähle die sind bei mir auch flüssiger als wenn ich ne oder nicht so flüssig wie als wenn ich selbst was arbeite gerade oder erkläre ne freunde ja ich finde es stimmig Kevin schönes gesamt allerdings würde ich mich für eine andere innenraumfarbe entscheiden aber das ist ja geschmackssache ne gibt wirklich leute die stehen auf sowas extrem ja extrovertiert auffallen ne wollen wir ja auch das auto soll ja auch jeder gesehen werden und dafür ich meine klar ist das für den ersten blick erstmal so aber ich denke mal für die präsentationszwecke ist es nicht verkehrt Fußmatten gibt es übrigens auch die habe ich gerne vergessen die sind so ein bisschen dreckig jetzt von dem ganzen Tag racetrack fahren aber das sind auch so ein eins von den Details was so gibt bei uns ich überlege gerade ob ich irgendwas vergessen habe aber ich dachte ich habe alles auf dem Schirm Gürte das sind mir doch aufgefallen achso ja Gürte auch original ist in dem M-Look drin ja Display willst du nochmal anschauen oder das neue jetzt gekommen zum also G81 M3 der kriegt das serienmäßig von Start der M3 Limousine kriegt das ab jetzt also alle die jetzt gebaut werden haben dieses Curved Display drin ja ich finde es gut gelungen machen wir auch das Ding du kannst es gerne selber machen bitteschön jetzt die eine einmal Start hast du Schlüssel? ja geht schon ja schon groß ein bisschen Sound kann er auch ein bisschen Kevin habe ich vorhin gehört achso das Ding habe ich gar nicht angehört ja wir haben noch gar nicht angehört kannst du mal das Kfz starten wo wir uns ganz vergessen haben darüber zu sprechen wo wir uns über die Optik unterhalten haben von der Abgasanlage also die Abgasanlage ist aus Titan spart auch ein paar Kilo ein auch die Endroblenden sind aus Titan und ja hat eine etwas andere Klangcharakteristik ist ein bisschen heller was man so gewohnt auch ist von Titan Abgasanlagen ist natürlich eine Lautstärke nicht mehr so extrem wie es früher mal war aber das tut er im ganzen ja kein Abbruch ist der Gesetzesgeber der mag das nicht aber sonst passt das ich hätte fast der Angie zugeschoben aber die ist ja gar nicht mehr auf dem Sitz der Angie ist raus ja Kevin ich würde sagen wir sind durch oder? taugt dir das Teil? mir taugt das Teil tatsächlich sehr muss ich sagen also ich würde ihn jetzt nicht mit dem Riviera Blau fahren wollen ich bin eher so der schwarze Typ wie du weißt mit irgendeiner geilen harmonischen Innenausstattung würde das Ding schon und natürlich noch deutlich tiefer also ich kann dir sagen wir haben einen Matschschwarzen aufgebaut für Goodwood Festival of Speed und das Ding war wirklich das sieht dann halt böse aus also muss man sagen ja Ladies and Gentlemen dann war es das schon wieder von diesem Video wir bedanken uns riesig bei dem lieben Kevin und natürlich auch bei BMW dass die uns dieses wunderschöne Fahrzeug mal einen Tag zur Verfügung gestellt haben und wie sich das ganze Teil hier bewegt auf der Rennstrecke seht ihr in unserem nächsten Video deswegen unbedingt einschalten ja wie immer hat uns sehr gefreut dass ihr wieder eingeschaltet habt wie immer nicht vergessen das Glöckchen zu aktivieren zu abonnieren und eurem Nachbarn Bescheid zu sagen dass es hier was ganz Neues gibt bei YouTube bei HollyHall Ciao bis zum nächsten Mal bis zur nächsten Mal